Sie hören Getraut von Susanne Fröhlich, ein Hörbuch des Argon Verlags. Verdammt nochmal, ich bin geliefert, aber sowas von. Das verzeiht die mir nie. Das ist der Horror. Es ist 0.15 Uhr in einer Nacht von Mittwoch auf Donnerstag und Rudi weiß, dass er ein riesiges Problem hat. Und das ist fast noch untertrieben. Er schaut auf seinen Hund und schüttelt den Kopf. Ach Willisch, was mach ich bloß? Aber auch der Hund weiß keinen Rat. Dabei hätte Rudi eigentlich allen Grund zur Freude. Seine Eintracht hat, ganz wieder erwarten, das Europa-League-Finale gewonnen. In einem furiosen Spiel und nach einem superspannenden Elfmeterschießen. Er sollte feiern und noch ein paar Bierchen trinken. Mit sich selbst auf die Eintracht anstoßen. Er hätte nicht gedacht, dass er das nochmal erlebt. Aber statt es krachen zu lassen, sitzt Rudi da und ist ratlos. Er hätte Irene sagen müssen, was los ist. Hätte sie zumindest warnen müssen über das, was passieren könnte. Aber er hat das für aussichtslos gehalten, für unmöglich geradezu. Die Eintracht, Europa-League-Sieger. Da hätte doch keiner drauf gewettet. Und dann, um ehrlich zu sein, hat er den Passus schlicht vergessen. Morgen ist seine Hochzeit. Wäre seine Hochzeit gewesen. Er muss fast grinsen. So bizarr ist die Lage. Die Eintracht versaut ihm seine Trauung. Kickt ihn mit dem Sieg nach gerade in die Bindungskatastrophe. Sollte die Eintracht das Finale gewinnen, verschieben sich die geplanten Trauungen wegen der Feierlichkeiten am Römerberg. Wir hoffen auf ihr Verständnis. Irgendwas in der Art hatte in der Mail vor einigen Wochen gestanden. Rudi hätte durchaus Verständnis, aber er bezweifelt, dass Irene da genauso tickt. Sie ist seit Monaten in heller Aufregung, plant, organisiert und freut sich. Als er sie gefragt hat, ob sie seine Frau werden will, hat sie nur gesagt, endlich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch erlebe, Def. Für ihn hätte es nicht sein müssen. Er war schon mal verheiratet und seit seine Inge tot ist, hat er nie mehr das Bedürfnis gehabt, einen Ring am Finger zu tragen. Aber Irene war hartnäckig, egal wie sehr sich Rudi gesträubt hat. Wozu, hat er immer wieder gefragt. Wozu soll das gut sein? Wir sind zusammen und mehr braucht's doch nicht. Irgendwann hat er eingelenkt, ist, ob ihre Ausdauer und Beharrlichkeit eingeknickt und hat sie gefragt. Mit Ring und allem drum und dran. Ihr strahlendes Gesicht in diesem Moment war es wert. Bis zu dem Moment, in dem sie gemerkt hat, dass der Verlobungsring, den er ihr an den Finger gesteckt hat, von seiner verstorbenen Ex-Frau Inge war. Ich hab'n verwahrt, bis Arne kommt, die ihn genauso verdient, wie es die Inge verdient hatte. Rechtfertigte er sich und fand das eigentlich eine ziemlich geschickte Argumentation. Ich mein' also auch wegen Nachhaltigkeit und so. Macht's doch Sinn. Ich hab'n ach polieren lasse und es ist ein schene Ding, oder? Soll der weiter in de Schublad vor sich hin modern? So dicke haben er's doch auch nicht. Irina hatte kurz was von Sparbrötchen und Resteverwertung gezischt, sich aber dann doch gefreut. Sie wusste, wen sie sich da geangelt hatte. Claner Mann, mit ebbeso-clanem Portemonnaie, aber dafür mit dem riesigen Herz, hatte er bei einer ihrer ersten Verabredungen offensiv gesagt. Rudi ist ein Mann für klare Verhältnisse. Man wusste doch Wisse, worauf man sich einlässt. Insofern wusste sie, dass sein Ring mit Mordsblingbling nicht drin war. Dafür könne man uns, weil man da günstig wegkomme, eine kleine Hochzeitsreise leiste, hatte er argumentativ nochmal nachgelegt. Da war das Strahlen auf ihrem Gesicht wieder da. Manchmal ist es mit den Frauen gar nicht so schwer, hatte Rudi gedacht. Und jetzt um 1.30 Uhr sitzt er im Wohnzimmer, im Fernseher, laufen noch immer Interviews mit ekstatischen Fans und weiß nicht weiter. Irene, mit der er die kleine Wohnung teilt, schläft auswärts, weil man die letzte Nacht hat.